Wir Deutsche, wir haben Tugenden, die man auch in der digitalen Welt gut gebrauchen kann. Wir sind pünktlich, zuverlässig, wir sind gründlich und ich denke, das lässt sich auch in der digitalen Welt wunderbar auch vermarkten. Wo ich im Moment noch so das Gefühl habe, dass wir noch nicht kapiert haben, dass die Digitalisierung tatsächlich eine gigantische Chance für uns ist, sei es in der Zulieferindustrie, sei es im Mittelstand, aber eben auch zum Beispiel in Bildung oder in anderen Gewerken. Ich denke, wir verlassen uns oder wir definieren Arbeit immer noch damit, dass man irgendwie in der Fabrik steht oder dass man in ein Büro geht und dort bis 17 Uhr eben rumsitzt. Ich glaube, wenn wir mal dahinter gekommen sind, dass Digitalisierung tatsächlich eine Weltanschauung schon fasst geworden ist, dann werden wir da, glaube ich, ganz schnell auch Tritt fassen und dann werden wir vielleicht nicht mehr die rote Laterne hinter uns herziehen. Die Tugend der Deutschen, die ich mir wünschen würde, damit die Digitalisierung schneller greift bei uns, Mut. Tatsächlich Mut und nicht diese Vollkask-Mentalität. Ich glaube, wir haben uns, weil wir so erfolgreich waren mit den Dingen, die wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben, haben wir irgendwie so ein bisschen so dieses Abenteuergeist verloren, weil er war nicht nötig. Lief ja alles. Die Maschinen rollten und unsere Automobile sind weltweiter Spitze. Noch. Und ich glaube, da haben wir es uns zu kuschelig gemacht. Deswegen Mut, Angriff, einfach auch mal ein Ding an die Wand fahren, wieder aufstehen, lernen und 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 dann wieder machen. Attacke!